1 1 1 Stattung mit zwei Versuchungen wir haben uns mit der Folge von Slender Ja wie vorhanden wir in der ersten Folge geschafft zetteln Ich glaube 5er Ich hab uns jetzt auch noch mehr geupdatet als eine neue Version runtergeladen und es gibt so ein Menü oi wow ein Menü warte aber ich muss mir kurz an meinen Kostretten halten jawohl so so Optionen CU fuck was hat mir eigentlich das letzte Mal auch gehabt Aber tut mir leid meh das mache ich mir nicht noch mehr これter dieser Sch!!!!!!!! Nebel die Taschen am Ende ja so schnell ist eben nicht lang und dann tu ich nur mehr den Nebel noch an N�onononononoh repairing das machen wir mal lieber nicht Merkwestall Und da gibt's Jaaugust Mal die Musik Half S médias술 mito 5 Zettel Fünf Zetteln, ja, das ist eine Herausforderung. Ich hab persönlich schon mal zwei Mal alle achte geschafft. Mal jucken, ob wir das so über die Bühne bringen. Ich hab jetzt ungefähr grob, grob, äußerst grob die Map im Kopf. Ah. Okay. Okidoki. Na? Klik, 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 mit seinen Naschenlampe. Aber echt mal, ja, das ist doch langweilig. Durch den Wald laufen und keine Musik. Nee, so machen wir das nicht. Ich drücke mal kurz auf Pause, dann komm ich gleich wieder mit ordentlicher Musik, ja, Junge. Ah, 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 ah. Eingelab. Ekele, ich hab mir gesucht, ich soll die Musik neimachen. Aber was auch immer. Die klingt ein wenig, naja, seltsam, aber ich mach's einfach mal neim. Vielleicht, ich mal, vielleicht hilft's ja. Vielleicht erschrecke ich mich nicht zu beim Herrn Slenderman. Aber war mal alles da. Ah, so. Als seelischen Begleiter hab ich heute neben mir ein Köstritzer Schwarzbier stehen. Ne? Dann hab ich jetzt den Anleiner wohl'n Schluck. Ah. So. Dort vorne ist der erste Schotter. Da hängt der erste Zettel. Ich muss wirklich das Licht ausschalten. Ich weiß, ihr sagt uns wirklich nichts. Aber mir geht's genauso, wie ich. Ich sag jetzt anders. Das wurde anscheinend genauso gemacht. Keine Ahnung. Ich schalte bloßes Licht in Notfällen ein, weil die Batterie von der Taschenlampe, die ist extrem schnell runter. Zettel Nummer 1. Always watch it. No ice. Zettel Nummer 1. So, jetzt gehen wir weiter nach hier hinten. Da durfte es rote Autos, ey. Also Gott, die Musik und dann noch das Wurmern, ey. Ich kenn's kotzen. Ich muss mich aber trotzdem dort ist der Lieferwagen. Du, du, du. Aber wir seien ja eigentlich, wenn der Slenderman vor uns ist, weil du flimmert ja, wie es du. Das hab ich euch ja schon mal erklärt, eigentlich. Okay. Oh, Entschuldigung. Das war sehr unheflich von mir. Kein Zettel. Doch, ist der Zettel dran? Ne. Ist hier der Zettel dran? Nein. Doch, hier ist der Zettel dran. Okay, jetzt gehen wir ungefähr gerade aus hier hinten. Da durfte es dann der zweite Lieferwagen sein. Oh fuck, es fängt an mit flimmern. Wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Umdrehen. Wirklich, bei Slenderman niemals umdrehen. Lieferwagen Nummer zwei. Da haben wir schon drei Zettel. Buh. 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 Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Sonst wird man depressiv. Zettel Nummer drei. Oh, 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 oh. Die Musik. Buh. Buh. Oh, oh, oh. Woah. Woah. Woah, woah, woah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vergut. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mah ma. Fick nicht. Was steht da? Was steht da? AWA. AWA. ob park im die es ist aber unangeneh homberg doch os happened stated Was steht hinter uns? Was steht eindeutig hinter uns? Alter die Taschenlampe verabschiedet sich! Shit the fuck! Wir müssen in einen Wald! Irgendwo müssen wir aus dem Wald raus gehen! Dort geht's aus dem Wald raus wahrscheinlich Ne geht's net! Du vor... Oh mein Gott! Seid doch bei den übelsten Scheiss! Danke schon wieder! Puh! Cool bleiben! Geht's da draus hier oder geht's glaub ich raus? Oh 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 oh! Oh das war ein veri... das war ein veri schlechter Start! Ein veri schlechter Start! Ist da vorne das Haus? Ist da vorne das Haus? Ja da vorne das Haus! Im Haus zum ersten mal fürs erste sicher! Fürs erste! Fürs erste! Aber natürlich könnte man im Dreher... Ne lieber net! Lieber net! Immer rein die gute Stub! Puh! Okay okay! Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Links! Ganz spontan links! Du hässliche Swiper aufzugapsen! Du hässliche Swiper aufzugapen! Puh! Kein Zettel? Du 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 du... Oh mein GOOOOD! Oh mein GOOOOD! Oh mein GOOOOD! Oh mein GOOOOD! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das denn weg? Fick nicht! Ist das denn weg? Du Scheißspiel! Ich habe keinen Zettel. Ich habe keinen Zettel. Oh, wo muss der Zettel denn aus sein? Oh, oh, geradeaus, 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 geradeaus. Links. Links. Jetzt hier auch lang. Oh mein Gott. Ich habe keinen Zettel. Ich glaube, es gibt jetzt nur noch einen Raum. Nur noch einen Raum, wo es sein könnte. Steht er hier? Nein, hier steht er nicht, Sanderman. Sanderman. Alter, halt dein Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hau an. Jetzt ist er weg, ist er weg, ist er weg. Nein, er kommt näher, er kommt näher. Da müssen wir aber hin, da müssen wir aber hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Da ist eine Zettel. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Der hat sich, wer sich weg teleportiert hat. Der hat sich weg teleportiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dort ist ein Zettel, du Schwein! Dein Zettel will ich an, du Jut! Ja, da hat er mir nicht überlassen, ne? Du Arschloch, du. Vier Zettel haben wir. Fuck! Links. Rechts. Okay, jetzt sind beide Kühltanks. Da dürfte auch ein Zettel drauf sein. Dann vorne gehen wir links. Wenn wir es schaffen, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's glaube ich nicht. Es tut mir leid, ich schaff's glaube ich nicht. Du, 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 du! Dort ist hell. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott! Lauf doch mein Zoll! Die Lampe verabschiedet sich! Ich sehe nichts! Ja, ja, komm, 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 ja, ich prüpp noch Zettel. Lauf doch! Du blöde Brun! Hier ist kein Zettel! Ich darf's ja mal nicht! Oh mein Gott! Lauf doch! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Folgt wohl! Halt doch dein Maul! Du voll weg! Du blöde Brun! Lauf ist ein Zauberbrun! Was ist denn jetzt? Was sind das für Töne? Oh mein Gott! Also, Freunde, da kann mich jeden Moment rumdrehen! Da kann mich jeden Moment rumdrehen! Ich schrei euch in den Töne! Ich schrei euch in den Töne! FÜNF WOOOOOON! Ich hör's kein Zettel! Keiner! Keiner! Spiel, du bist ne Hure! Okay! Jetzt lauf ich zum zweiten Mal rum. Fick dich, Spiel. Fick dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sind denn? Steh doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf doch. Oh, Alter. Ganz ehrlich. Ich lege ein Gang zu. Oh mein Gott. Alter. Alter. Verpiss dich denn damit. Oh mein Gott. Hier sind die Steine. Die Steine. Einzettel. Du bist nicht der Ursohn. Verpiss dich. Ja. Ja. Leck mich, Slenderman. Leck mich. Leck mich. Ich hab Settzetteln. Ich hab überboten. Ja, Fick dich. Slenderman. Ich kann nichts sehen. Wieso lebe ich noch? Brauchst dich ganz teleportieren, du Arsch. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh 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 oh. Alter, was ich noch lebe? Das ist, das ist. Das ist das 8e Weltkunde. Das 8e Weltkunde. War halt dich. Ja, lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Düm. 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 Und doch. Aber trink das Milchschluck Schwarzbier. Hm. Oh mein Gott. Ja. Süße. Um einen Zettel hab ich mich überboten. Das ist doch mal was, hä? 6 von 8. Geil. 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 6 von 8 Zettel. Ne gut. N haben wir mehr geschafft. Scheiß drauf. Winston N. Winston N haben wir gefunden. Mit dieser schönen musikalischen Begleitung. Ne? So. Dann war's das ab für das letzte Play. Dann vielleicht war ich vielleicht noch mit dem dritten Versuch zu starten. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Aber. Fürs erste macht's gut. Fürs erste macht's gut. Du.